Und ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Wooch Galaxy. Im letzten Part haben wir hier im Impel Down aufgehört zu spielen. Und dafür, dass wir hier in der zweiten Ebene sind, sieht das da so ziemlich hell aus. Wie so ein Tageslicht, ne? Okay, wollen wir nicht mehr dazu drauf eingehen. Denn hier sind wir letztes Mal leider etwas gestolpert. Ja, wir sind nur gefallen. Mehr ist da nicht passiert. Knöchelbruch. Au. Ja, ich habe jetzt bis hierher weitergespielt. Letzte Speicherung war wirklich von Anfang drei Folgen oder so. Es kann sein, dass ich ein paar mehr Level habe, als es vorher der Fall war. Also, dass ich jetzt etwas stärker bin, aber wenn, dann auch nur sehr gering. Auf alle Fälle haben wir ein verbessertes Inventar, nenne ich es mal. Wir haben noch ein paar Haie-Tränke und auch noch ein paar wieder... Oh, haben wir noch wieder Belebungen? Ich habe gerade keine gesehen. Müssen wir da nochmal gucken. So, die haben es wegbekommen. Jetzt haben wir ein Level up zu Level 23 gemacht. Ich habe gedacht, ich weiß nicht, ob das vorher auch schon so knapp davor war. Keine Ahnung. Ich habe halt einfach nur bisher hergezogen. Und dabei ein paar mehr Monster gekillt, als es vorher, glaube ich, war. So, gibt es hier noch was? Hier gibt es nix. Dann geht es auf weiter. Langsam sollten wir doch den Ausbruch schaffen aus den Impeldaun. Also, viel darf da ja eigentlich nicht mehr kommen. Eine Ebene haben wir noch vor uns, soweit ich weiß. Und jetzt geht es noch hier lang und dann kommen wir ja schon zu einem Speicherplatz und einen Laden. Da ist eine Schatzkiste. Schatzkiste! Gibt es hier hinten noch eine? Gibt es nicht. Ich habe jetzt auch keinen Plan, ob wir die Schatzkiste, die da steht, schon geöffnet haben oder so. Denn der Spielstand war ja gelöscht, weil wir gestorben sind. Ich weiß nicht, wie weit wir waren. Alter! Du musst auch auf Monster schießen, du Fuhn! 69, ich habe es genau gesehen. So, und weg ist es. So langsam ist auch die große Klinge maximiert. Das heißt, wir bekommen so langsam eine bessere Waffe. Wirkungsgranaten. Nein, die Kiste haben wir definitiv noch nicht geöffnet. Ausrüstung. Ja, nice. Eine bessere Sekundärwaffe für Steve. Bringt uns zwar jetzt überhaupt nichts. Ach, was ich total vergessen habe. Enthüllung. Das habe ich ja noch nicht gemacht. Das mache ich jetzt schnell, auch wenn ihr das alles schon mal gesehen habt. Das mache ich jetzt als Schnelldurchlauf durch. Vielleicht bekommen wir ja auch was Neues, was aber eigentlich nicht sein kann. Da wir in der Zwischenzeit, glaube ich, keine neuen Items bekommen haben. Vielleicht bekommen wir ja sogar noch weniger, als wir vorher schon bekommen haben. Das, glaube ich, dann wohl eher. Siehste mal, bei Jester hatten wir nämlich drei Dinge, glaube ich, oder? Ja, schlecht, bei Jester hätten wir drei Dinge gehabt. Jetzt haben wir nur zwei. Bei Sekum haben wir einfach mal gar nichts. Ich weiß nicht, ob das vorher auch so war. Bei Kisada haben wir auch nichts. Weiß ich auch nicht, ob das vorher so war. Ich weiß, dass wir hier was hatten. Hier hatten wir, glaube ich, auch drei Dinge. Hier ist noch eins. Bei Simon hatten wir definitiv verdammt viel. Äh, ja, kommt hin. Hier ist noch eins. Weil das steht da oben in so wunderschöner, grauer Schrift auf dunklem Hintergrund. Das kann ich auf so einem alten Röhrenfernseher auch perfekt lesen. Ja, ich spiele das Let's Play über einen Röhrenfernseher. Das ist noch PlayStation 2. Damals gab es noch nicht so... 4K-Blasma-Fernsehen. So, hier hat man noch einen Brennschlag für ihn. Gab es noch was oder war es das für Steve? Das war es, glaube ich, für Steve. Das war es. Und Lilica hatte nichts dazu bekommen. Sollte sie jetzt theoretisch... Sie hat was. Voodoo-Tanz. Der war vorher noch nicht da. Da haben wir entweder mehr Items bekommen, als wir vorher hatten, oder weniger, weshalb so ein Skill bei jemand anderem, weshalb da ein Item gefehlt hat oder so, er den Skill nicht bekommen hat, weil wir ihn jetzt nicht aufgelevelt haben, und dafür die Maske noch hatten. Denn die Maske, die benötigten wir auch für irgendwas. Mir fällt nur noch nicht gerade ein was. Damit haben wir einen schon mal besiegt. Und Lilica sollte sich mal heilen. Damit ist der zweite auch down. Und du wirst auch down. Und den sollen die doch schaffen. Wehe Simon, wenn du stirbst. Aber du bist. Und meine beiden Waffen sind maximiert. Nice. Verbündete... Äh, hier. Ausrüstung. Ausrüstung ändern. War das jetzt das letzte... Das war die letzte große Klinge. Hochgeil. So, Wüstensucher brauche ich nicht. Kratenschmetterer brauche ich auch nicht. Vulkanschmetterer könnte ich benötigen. Glanzschmuck und Metallbrecher. Nehmen wir... Wobei, den Metallbrecher brauche ich eigentlich nicht. Wir nehmen den Vulkanschmetterer. Da haben wir wieder eine etwas bessere Waffe. Also, den Feuerblaster, die Ex, habe ich einfach mal jetzt offscreen ausgenommen. Wir nehmen jetzt erst den... Tyrannenblaster, nehmen wir. Das sollte ich doch jetzt wieder bessere Waffen haben. Komm schon. Die Waffe sieht doch nicht schlecht aus. Die sollte doch gegen die Monster hier locker ankommen. Hoffe ich. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht mehr nur noch Fernkampf kämpfen müssen, sondern auch mal im Nahkampf reinhauen können. Aber irgendwie hat mir das Spiel besser gefallen, als noch Fahrstuhle hatten. Ich nehme dich an. Das war jetzt ungut. Wir machen mal eine Dreivorheilung. Jupp, sieht besser aus. Haben wir da wirklich jetzt eiskalt so eine Kiste übersehen? Okay, das könnte jetzt gefährlich werden, was ich hier mache. Aber wir haben es geschafft. Nice. Ich bin einfach nur geil. Wie konnten wir die Kiste hier, bitteschön, übersehen? Bin ich blöd? Das geht doch nicht. Wieso haben wir die Kiste übersehen dort? Ist das ein Scheiß, ist das? So, wieder mal fünf Roller. Das gibt es doch gar nicht. Die Waffe scheint aber auf alle Fälle besser reinzuhauen, als diese ganzen großen Klingeln. Jupp. Mit der Waffe macht es echt Spaß. Jetzt sollten wir auch ganz oben angelangt sein und da sind da noch zwei Schatzkästen und da hinten kann man speichern. Rubin. Und hier ist ein Saphir drin. Gefängnisaufzug-Stadt-Chip. Okay. Wir speichern hier erstmal. Speichern. Denn ich weiß ja nicht, ob in der ersten Ebene jetzt noch ein kleines Dungeon kommen wird. Oder ob da schon ein Bosskampf erscheinen wird. Deshalb gehen wir jetzt auch hier mal in den Laden rein. Ich kann den Manager dabei einfach nicht unterstützen. Ja, ich bin dabei. Kauft einfach etwas, das ihr gebrauchen könnt. Du kannst ihn nicht unterstützen, indem du uns das Geld aus den Taschen rauszerrst. Maximale Heilung. Vorrat 10 verfügbar. Also haben wir davon jetzt schon. Wir haben 10 maximale Heilung. Und wenn wir jetzt noch 5 von den normalen Heilungen kaufen. Haben wir 10 von den normalen Heilungen. Gut, das wollte ich doch nur wissen. Hiervon haben wir nur eins. Jetzt da holen wir 4. Das sollte ausreichen, denke ich mal. Der verkauft auch Waffen. Ist mir aber ehrlich gesagt Hupe. Brauchen wir nicht. Gespeichert haben wir. Die Tür ist fest verschlossen. Achso, ja. Hier muss man ja auch erstmal die Karte machen. Ah Gott. Das kann der doch automatisch, oder nicht? Wo ist denn die Karte jetzt? Ach, das war... Oh Mann, jetzt gibt doch die scheiß Karte her. Ja, wo ist die denn? Bin ich bekloppt? Wo ist denn die Karte hin? Hier ist sie nicht. Abgelaufenes Reisevisum. Turboöl. Ach, da ist ein Info-Ecke. Ah, okay. Da ist die Info-Ecke. Gut zu wissen. Ach, hier ist der. Alter, ich hab die ganze Zeit nach so einer Karte gesucht. Nein, das ist so ein Start-Chip. Aber im Inventar haben wir jetzt alle. Gut zu wissen. Im Inventar ist die Info-Ecke, wo wir die ganzen Informationen reinbekommen haben. Innengang A3. Und hier gibt es auch Monster. Hier sie kommen. Diese Proto-Bestien allzu. Und noch irgendwelche Skorpione. Aber ich hoffe, die sind nicht allzu stark. Ja, sieht gut aus. Ja gut, es könnte aber auch einfach eine Sache liegen, dass unsere Waffe einfach nur geil ist. Der Bogen ist auch schon maximiert, aber die hat darauf ja nix. Äh, hier können wir rein. Hier können wir rein. Nice. Hier lässt sich's Leben drin. Und ein Seeblick-Bogen, okay. Ist der besser? Der muss besser sein, das ist der Start-Bogen. Der ist auch besser. Nice. Lillika hat einen neuen Bogen. Sonst noch was hier? Sieht nicht so aus. Ja, lasst mich hier durch. Lalalalalala, lasst mich hier durch. Ich hoffe, dass sie uns hier nicht catchen können. Keine Schatzkisten, mies versteckt. Super. Und hier auch nicht. Hier kann man schon wieder speichern. Das Ganze mit dem Speichern, das gefällt mir nicht unbedingt. Ja doch, das gefällt mir schon, weil wir da wieder andere und neue Leben bekommen. Aber das gefällt mir aus dem Grund nicht unbedingt, weil ich dann denke, dass gleich ein Bosskampf kommt oder so. Hier ist keine Schatzkiste. 24 Sekunden. Süß, die kleinen Dinger. Wir haben Herausforderungen, das schaffe ich nicht. Oder? Doch, geschafft, kniet nieder, ihr Knechter. Nice. Richtig nice. Haben wir keinen Schaden erlangen? Oder wieso, Soda? Es setzt nicht so aus, sonst hätten wir eine Heilung bekommen. Was zum Teufel? Oder? Is this... the beast we fought on Rosa? It's the salamander! Shh! Someone's coming! This really sucks! Why do we have to get stuck cleaning up over here anyway? A cleaner robot and get the job done in half the time! You can't trust those things! I'm much better at cleaning than they are! I guess your 43 years of experience as a bachelor are good for something, huh? Shut up! Think that's a compliment? I happen to be touchy about that subject! You know, Mr. Rosencaster's different somehow. He was never like this before. Yeah, Mr. Rosencaster's too wound up in those experiments of his. It's a borderline obsession if you ask me. I mean, they used to call him the best officer ever. Everyone used to look up to him. He was such a great guy. I don't know what's happened to him. I suppose it has to do with Claudia. Claudia? What do you mean? Uh, never mind. I guess it's not for us rank and file guards to know. Come on! Let's get back to work! What do you wanna do? Now's our chance! They're not looking our way! Let's go. Wait. So this is what came out of that experiment? All that time, and this is what we ended up with? A big pile of garbage? Take me to Rosencaster immediately. Yes, ma'am. What a colossal waste of money. We need a reorg here. Okay. Die kleine ist zwar richtig süß, aber das gefällt mir nicht. Wie ich es in der letzten Folge schon gesagt habe. Irgendwie ist jeder Schar hier, der geil ist oder so. Oder alles, was hier geil ist, entwickelt sich richtig scheiße. Verfluchte Maske erlangen. Ja, damit sollten wir doch theoretisch eine Fähigkeit... Ne, könnten wir nicht. Egal. Ich habe bei dem Gespräch von vorher keine Ahnung wieviel folgen, als die Kleine mit ihren fetten Typen da geredet hat und sowas. Immer was richtig Witziges aufgefallen. Mal gucken, ob das, was sich wirklich noch so entwickelt, wie ich denke. Da wird ich echt feiern. Da wird meine Fangirl da Kontakte sofort aufspringen. Also nicht Kontakte von wegen hier Bekannte und so, sondern so. Es wäre schön. Ah, der gerade wirklich Brennschlag kommt. Wieso habe ich das nicht zugelassen? Gern die Angst zu den Geisterten. Aber mit der neuen Waffe macht das echt viel mehr Spaß hier drin. Was ist denn da passiert? Geht's los! Wie geht's los? Ich mach's los. dass dieser Salamander nur ein Experiment gewesen sein soll. So, hier scheint es nichts zu geben. Dann geht's weiter. Hier sind zwei Küsten. Nein! Nein! Natürlich! Hier geht's! Ah, stopp! Okay, war nicht. So, du machst Verstärkung Level 2. Und auch wenn Fernkampf auf das Vieh bei weitem... Was ist Voodoo-Tanz eigentlich? So... Man brächtet Schaden an. Verringert seine Verteidigungskräfte. Ja, wir nehmen trotzdem das. Und ich bekomme ein Illusionsschwert auch auf die Gefahr hin, dass ich dadurch sehr viel Schaden erleiden werde. Jetzt kann ich den machen! Zusammen mit dem Illusionsschwert. Vielleicht bringt das auch noch mehr. Zum Glück habe ich trainiert. 312 Schaden. Das ist mehr als mit der letzten Waffe. Zwar nicht besonders viel mehr, aber ist es mehr. Wenn ich locker... Das wollte ich gar nicht! Ohh! Jetzt hat's den Heidrang verschwendet. So, hier war noch eine zweite Küste. Schmiere! Okay. Wird irgendwas für so einen Roboter sein. Schätze ich einfach mal so. Alter, das ist übelst, das Impel Down. Das kann es noch niemandem erzählen. Claudia, ich bin sorry. Ich konnte nichts für dich. Ich würde nichts, nichts, wenn ich nur wieder zurückkehreste. Warum, Claudia? Warum hast du mich allein gelegt? Was ist passiert? Rosenkastner, Herr Präsident! Wir haben eine urgente Situation. Die Level 4 Prisoner haben sie von ihren Häusern. Was hast du gesagt? Die kleinen Punks? Schrauben die Partitionen. Post-officer zu jeder Garten. Nicht sie weg. Ja, Herr Präsident. Gut für nichts, idiots. Ich bin ein schlechtes Moment, Herr Rosenkastner. Es ist gut und gut zu gehen, nach diesen Schauspielern. Aber ich denke, wie dieser Experiment kommt. Es kommt. Wir kommen. Wir sind nahe, zu perfektieren die Rune-Cell-Cell-Kultures. Als wir tun, Sie endlich bekommen, was Sie wollen. Wir werden können mass-produzieren Artificial-Humann-Soldierungen zu deinem Herzen sein. Oh, aber das ist nicht was du nachher bist, ist es? Ich weiß, du bist fixiert auf eine totale Frau. Und es hält das ganze Experiment. Ich muss nach diesen Erkrankten gehen. Wir können später sprechen. Ich bin der Ich bin der Ich bin der Ich kann direkt durch dich Ich weiß was du bist Nonsten Ich stehe ordentlich und mache genau wie ich habe gesagt Still cling zu dieser alten Geschichte huh Hmm Du hast ziemlich das ein track mind Mr. Rosenkastor Obsess mit einer Frau wie das Rosenkastor Hör auf, das ist deine finalen Warnung. Vielleicht ist es Zeit für ihn, zu resignieren. Die Milliarden fach auf uns drauf gesprungen sind, zerschmettert haben. Ach, egal. Ich würde sagen, ich beende jetzt den Part hier. Wir sind nah am Ende, würde ich sagen. Ich meine, das ist die letzte Ebene. Da stand eben was von Ausgang. Ich weiß nicht, wie lange der Dungeon noch gehen wird. Aber vielleicht haben wir dann in der nächsten Folge schon das Ende. Vor uns. Werdet ihr sehen. Ich freue mich, wenn man bekommt, wie es Abos und Likes. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin euch noch ein wunderschönes und zuckersüßes Tüdelü. XD Ciao.